Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen an diesem Mittwoch, dem 15. Juli 2020. Ihr hört die Geek Talk Daily 853 und heute mit den folgenden Themen. Backup, Spotify, Spotify, Microsoft Konto, Play Pass und ARM. Ich beginne gleich mit Backup. Wie heisst dieses Wort, dieses fremde Wort? Ich bewerbe es immer wieder, macht eure Backups. Es ist wichtig, das hat viele Gründe, zum einen, dass ich immer wieder mal angefragt werde und das mehrfach in der Woche, wenn Leute ihre Daten verloren haben, wenn irgendwas kaputt ist oder sonst was und ich darf es dann wieder reparieren. Und zum anderen aber auch, gestern Abend habe ich durch ein Backup, nicht ein Backup, nur ein Update von einem Plugin, den Blog zum Podcast hier zerschossen. Komplett, da war nichts mehr da, alles kaputt. Und ja, ich konnte innerhalb von 20 Minuten, wie wohl bemerkt, aber auch mit einem kleinen Fehler, das Ganze wieder zurückspielen. Zumindest beim ersten Mal gab es einen Fehler, beim zweiten Mal hat sich alles wieder schön zurückgespielt. Es kann dadurch passiert sein, dass beim einen oder anderen von euch die Folge von gestern nochmals im Podcatcher gelandet ist, weil das Backup um 2.31 Uhr gemacht wurde und die Folge logischerweise immer erst um 4 Uhr rausfliegt. Normalerweise heute ein bisschen später, hat aber auch seine Gründe. Und deshalb sage ich es immer wieder, liebe Leute, macht eure Backups, testet die auch. Doch logischerweise, der Restore muss auch funktionieren, nicht nur das Backup. Und dann seid ihr auf der glücklichen und Gewinnerseite. Ich beginne gleich mit dem ersten Thema zu Spotify. Das habe ich heute nämlich zweimal drin. Die Schweizer Musikszene fühlt sich übergangen von Spotify. Generell fühlen sich ja viele Musiker übergangen von den ganzen neuen Streaming-Diensten und dass sie damit noch weniger verdienen. Aber die Schweizer haben da, wie so ein paar andere Länder, ein Nachsehen. Ich könnte mir vorstellen, dass es bei Österreich ähnlich ist. Das müsste ich mal den Jan fragen. Aber es ist ein Thema für den grossen Geek-Talk, für die News-Folge. Ja, Spotify wird nämlich, oder die Schweizer Künstler werden nicht aus der Schweiz betreut, sondern aus jemanden von Berlin. Und ja, wie heißt es so schön, oder wie ist es so schön? Wie bei vielen Firmen, die meinen, dass man die Schweiz aus Deutschland betreuen kann. Und das funktioniert leider einfach nicht. Oder zumindest, ich habe selten wen gefunden, wo das richtig klappt. Und ja, somit landen die Schweizer Künstler auch auf keinen Playlist. Sie werden nicht wirklich vermarktet. Es ist niemand da, der die Schweizer Kunstschaffenden kennt und richtig promotet etc. Ziemlich unschön und somit ist natürlich auch nicht gegeben, dass die Musik nach aussen getragen wird und richtig verbreitet wird. Und in Zeiten von Globalisierung und eben solchen Streaming-Geschichten ist es immer wichtiger, dass man in der richtigen Playlist ist und dass man auch vorhanden ist, dass man dann überhaupt existiert. Ich hoffe, da ändert Spotify was. Denn wenn man den Zahlen Glauben schenken darf, die Watson zusammengetragen hat, sind es doch insgesamt 120 Millionen Schweizer Franken, die jährlich von bezahlenden Kunden ausser Schweiz generiert wird. Ich glaube, da könnte man doch jemanden einstellen für den Batzen Geld, der sich da ein bisschen um die Schweizer Künstler kümmert. Spotify möchte sich mehr um Podcasts kümmern. Das machen sie ja schon länger mit Exklusiv-Content, womit sie ja eigentlich Podcasts wieder kaputt machen, aber es ist ein anderes Thema. Dazu gibt es eine Sonderfolge im Geek Talk für alle, die es hören möchten. Es ist eine Sonderfolge GT 2820, wenn mich nicht alles irrt. Jetzt führt Spotify eine neue Charts ein. Zum einen ist das eine normale Charts, die auf den Downloadzahlen der letzten 30 Tage basiert. Natürlich alles abgespielt nur auf Spotify und nicht grenzübergreifend. Und es gibt sogenannte Trend-Charts, wo man täglich sieht, was aktuell gerade so trendig ist. Wenn ihr da mal reinschaut, lasst es uns wissen, was ihr da für Formate entdeckt und was für Podcasts. Weil Charts haben ja auch immer wieder mal die Möglichkeit, dass man dadurch neue und interessante Podcast-Formate entdeckt. Kann aber auch genau ins Gegenteil gehen, dass dann halt eh nur die grossen immer wieder mal vorne mitgespielt werden. Aber mal schauen, wie sich das bei Spotify entwickelt. Apple Arcade ist ja das Abo, womit man sich monatlich an Spielen beteiligen kann, die zum einen keine Werbung haben, aber auch nicht durch In-App-Käufe funktionieren. Und Apple gibt da nicht nur das monatliche Geld, was man da investiert, an die Entwickler weiter im bekannten Schlüssel, den Apple überall verwendet in den Stores. Sie unterstützen damit auch die Entwickler, sie beraten sie und sie geben ihnen generell eben auch Know-how weiter, was andere Hersteller nicht bekommen in dieser Flatrate. Google hat sich gedacht, eine coole Geschichte bei Apple, läuft das Ganze gut und hat im letzten Jahr auch sowas eingeführt, auch zum gleichen Preis wie bei Apple. Es sind nicht ganz so viele Spiele wie bei Apple drin, spielt aber auch keine Rolle. Es ist ja nicht die Masse, sondern die Klasse, die man normalerweise ausmacht. Und mittlerweile kommt das jetzt auch nach Deutschland, will man das Ganze ausrollen. Es kommt in den nächsten Wochen anscheinend eben auch bei euch in Deutschland an. Ich hoffe dann auch Schweiz und Österreich. Was Google aber nicht macht, ist, sie beteiligen sich da nicht in Richtung der Entwickler. Weder finanziell soll da was rüber wachsen, noch auch vom Know-how. Also es ist einfach eine schnelle und einfache Kopie gewesen. Finde ich ein bisschen schade. Bin mal gespannt, wie sich das schlussendlich auswirken wird auf diejenigen, die da mit drin sind. Zu guter Letzt geht es um Softbank. Das ist ein grosses japanische Konzern, wie soll ich sagen, eine Bank, die sich vor allem im Bereich der Technologie stark investiert hat und da sehr stark drin ist. Und die haben schon vor einigen Jahren mal erklärt, dass man ARM verkaufen möchte. Und dann ging es wieder zurück. Dann hieß es nichts mehr in die Richtung zumindest. Und jetzt geht es der Softbank nicht wirklich gut, weil halt generell bei der Tech-Branche manchmal es auf und ab geht und manchmal investiert man ein bisschen falsch oder kurzfristig falsch und dann braucht man wieder ein bisschen Cash. Und deshalb hat man jetzt Goldman Sachs als Berater hinzugezogen und die haben anscheinend schon einen potenziellen Käufer gefunden. Jetzt bin ich natürlich gespannt, wer das sein wird, wenn man sich ein bisschen in den Apple-Kreisen bewegt und weiß, dass schon seit 2006 in iPhones ARM drin sind, später auch die iPads dazu gekommen sind und jetzt ganz neu, wie Apple bekannt gegeben haben, auch die Macs in dem Bereich unterstützt werden, also zukünftige Mac-Rechner werden ja auch auf ARM-Prozessoren basieren, dann könnte es natürlich sein, dass Apple in die Richtung investiert. Die Frage ist natürlich, für wie viel und was mit all den anderen, die auf ARM-Chips setzen, nachher passiert, da bin ich extrem gespannt. Damals hat Softbank im 2017 24 Milliarden Pfund dafür bezahlt. Jetzt bin ich extrem gespannt, wie viel das britische Unternehmen mittlerweile wert ist und für wie viel es den Verkäufer, oder den Käufer schlussendlich wechselt, wenn es dann doch verkauft wird. Wir dürfen also gespannt sein und wir hier in der Daily werden euch natürlich auf dem Laufenden halten. und ja, freut euch auf morgen. Da sollte es die Folge auch wieder um 4 Uhr morgens pünktlich geben, wie normalerweise. Entschuldigt den Verzug und ja, bis bald. Habt einen schönen Tag. Euer Pogipsi. Tschüss. Hört mehr Geek Talk. Hört mehr Hört mehr Hört mehr Hört mehr Hört mehr Vielen Dank.